Na ihr Lieben, wir gehen wieder los. Wir gehen wieder los, los, los. Ja, der möchte kämpfen hier. Zecke! Blöde Zecke! Weiter sind wir da, bei Grounded, meine Lieben, herzlich. Komm her! Sau! Bin Ladybug, mach keinen Kack! Nicht ihr schon wieder! Guck her, du Sau! Da! Ja! Ins Gesicht hab ich dir... Ist der mit dir falsch? Wo ist er? Da. So, es wird Nacht. Ich hab ein bisschen Angst, was bei der Nacht passiert. Au! Investigate in a serious machine. Was ist das für eine Uhr? Kann man drücken? Investigate. Ja, ja, ich, ich, äh, ich investigiere ja. Nur, oh, mich juckt's. Nicht mehr. Ähm. Zwei, drei, vier, fünf. Das steht doch irgendwie im Code. Hier sind doch, hier sind doch bestimmt irgendwelche kleinen Dinge eingebaut worden. Irgendwelche... Ist doch bestimmt ein Knopf draußen. Oder so. Ja. Irgendwelche Obstruction-Laser. Find whatever is beginning one of the lasers. Irgendwelche Schwächt ihn. Nachte Obstruction-Laser. Okay, da ist was im Weg. Habe ich recht? Ja. Sehr schön. Ein Fliegenpilz. Wie geil ist das? Wie finde ich... Da geht irgendwas sehr Großes da hinten, ne? Ah, ist halt wie so ein T-Rex. Naja, nur so ein kleiner Käfer nachher wieder. Ja. Ah, Ladybug. Baby, Ladybug. Nein, nein. Ich habe keinen Bock mehr drauf. So, und war das mit dir hier? Du hast... Hast du ein Kabelproblem? Schön, dass ich keine Gewiss kriege hier unten. Ich war immer einfach so weakening one of the laser. Ist da keine Verbindung? Oder... Ist alles da eigentlich, ne? Ist hier ein Kabel... Ist hier ein Kabelbruch? Oh, der ist hier. Das kann ja nicht sein. Gucken wir nochmal oben drauf. Oh, hier. Muss nur... Wo geht das? Ist der... Sind alle rückgebogen, ne? Dann war zwei da oben. Aber der nicht. Muss ich vielleicht einmal zur Station? Das ist der... Der ist schwach da oben. Der ist so schwach. Bin ich dumm? Klar, nicht mein Ding da. Nicht mein Ding ist so schwach. Das Ding da hinten. Haha. Das ist ja nicht umsonst. Führt den Weg her. Der tiefe Bananenstauden. Ich höre doch schon wieder Tiere. Pssst. Pssst. Das ist mal Nacht. Wo ist der Laser? Da. Pssst. Pssst. Da guck, da glitzert das. Hehehe. So, Entschuldigung, war zu leise. Ach, hau ab, du. Sag mal hier. Du, piss dich. Zecken, ne? Ich sag's ja. Alles. Alles. Ja, 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 komm. Na, schade. So, ach, Assis, ne? Einer ist doch irgendwo, ne? Na, na, das wird angehätscht. Na, komm. Pussy. Reicht immer noch nicht. So. Da oben ist doch noch irgendwas, oder? Warte mal. Ist hier noch einer? Ne. Halt den Sabbel, dann macht die Musik aus. Unerhört. So, hier. Kabel, Kabel. Muss ich doch hoch? Ist hier noch mehr? Alter, ne? Das ist ja ein Drahtseilakt. Haha. Jetzt stürzt sie, ne? Das gestaltet sich jetzt als schwierig. Ich könnte langsam machen. Ich will aber gar nicht. So, warte mal. Ach, da unten. Ach, komm her. Hier, halt den Sabbel. Ich will das Wasser trinken. So, da. Da, da, da. Du bist's. Ich dusch schon wieder. Ameise. Guter Stoff. Kann doch der Mond mal rauskommen. Dann sind die ganzen Ameisen. Ich geh nochmal hier hin. Und dann erobern wir uns das Tröpfchen Wasser. Da. Ja, ja, schon dabei. So, das. Was sind die schon wieder? Dumm. Dumm. Ameise. Und da unten. Spackus. Spackumeisen. Also hier haben wir... Aber höher kann ich ja per se gar nicht. Guck mal, wie süß. Der hängt da fest. Zu viele Viecher, weil jetzt sieht man halt... Also, ihr seht wahrscheinlich eine Aufnahme mehr als ich gerade. Aber ich habe meinen Monitor und dem Licht hier vorne... ...habe immer so ein bisschen... ...ein kleines Problem. Wieso wird die Schuft oben grün? Habe ich Halus? War die schon einmal grün? Du, let's read my spide. Ich sehe halt nichts. Ah. Das ist scheiße, was ich hier mache. Ich sehe halt nichts. Ich sehe halt nichts. Ich brauche mir mal eine Fackel. Also, nachts möchte ich... Du? Nachts möchte ich da nicht leben. Der Stoff. All right, Shadows. What you got now? Okay. What you gonna do? What you gonna do when they come from... You. Was ist los mit euch hier? Slime-Mod? Oh, hübsch ist auch was anderes, ne? Hübsch ist halt auch. Ist gebacken. Edge, patch. So, der Laser ist jetzt wieder stark. Build a Linto. Linto! Build a Linto. Gehen wir mal zurück. Achtung ab, du. Ich hasse Zäcken. 100 Zäcken. Investigate the Fördermaschine. Und es langsam machen. Aber wenn jetzt hier wieder eine Ameise kommt. Diese kriege Ameisen, die mir in der Nacht unterwegs sind. Ich gehe auf deren Weg. Scheiße. Zäcken. Die sehen das Feuer besti- Bestimmt nicht. Was war das? Da. Monig. Sirup. Arts. Alles. Yes. 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 Activate. Oh, Strecken. Mal sehen, was jetzt passiert. Hä? Hä? Loll. Wieso exportiert das da... Wo war jetzt der Baum? Wo brennt's? Warte mal, wer von euch? Da. Ich weiß nicht, was denn hier? Blätter und Spring brauche ich dafür reichlich. Ich muss essen. Ah, Mightfuse. Konsumieren geht es nur. Jetzt habe ich aber wirklich sonst nichts weiter. Das ist scheiße. Sammel, 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 sammel. Penis, Penis. Wie komme ich immer auf sowas? Was soll die Scheiße? Fragt man sich. Aber, wer kann, der kann. Und, es ist nichts, womit ich irgendwelche anderen Gefühle verletze. Das ist... Es ist, wie es ist. It is... What it is. Wo ist denn der Baum? Wo war denn jetzt der Verkackte? Ich muss mein Tageslicht mal gucken. Es ist nicht brennen. Wahrscheinlich eines ist das nur in Grün, weil man das Grün nachts besser sieht, weil Nachtsicht. Und ihr wisst ja, ne? Boah, Sliden. Ich lasse das mal. Brauchen wir noch. Gucken wir nochmal, was wir craften können. Was können wir denn da nur so Dekor? A simple wall-mounted torch. Okay, wir sehen schon, was hier... Oh, da kommt die Mülligkeit... Geil, 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 geil. Hm, der Baum. Arrow, was brauche ich dazu? Tiss, tss, needle. Tss, needle. Ich brauche ein Sneedle dazu. Entschuldigung. Ja gut. Versuch. Habe ich aber nicht das andere Ding hergestellt? Das war für's Eisen und so, ne? Wo waren die Explosionen? Ich bin wirklich dumm. Ich sehe sie nicht. Mir ist so, als wenn es hier hinten irgendwo eine Ecke wäre. Aber ich sehe den Baum halt auch so. Immer gar nicht. Doch, hier irgendwo vor mir, ne? Ich weiß nicht, wie man auch die Polizei oder was auch immer hört. Werden denn auch Pilze? Da war eine Explosion. Ich war schneller als du. Oh, hier war es so, hier. Oh. Hä? Hä? Alter, ne, 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 ne. Ich, äh, investi und onani hier gar nichts. Oh, Scheiße. Ich ahne Böses. Ach, nee. Wo ist denn der verkackte Baum? Bin ich doof? So, der muss doch da hinten sein. Aber da war nix. Ist das... Doch da, dieses... Was ist das für ein Signal? Hallo? Tschüss. Watercontainer. Ich hab schon genug im Inventar. Ich kann nicht mehr. Ha, ha, ha. So. Ahonschaufel. Ja. Wie viel hab ich im Inventar? Zeig's mir nicht an. Find ich gut. Missing Ingredients? Ah, war aber. I'm standing from the rooftop, baby. Entschuldigung. Kann ich also hier nicht mitnehmen? Scheiße. Wo geht's denn hier zu dem Baum? Ich glaub, ich bin bei völlig falschen Weg, ne? Ich mein, hier ist ja schon Baum. Hier ist ja irgendwas Baum. Ich bin ich durstig. Man sieht halt nichts. Da Baum. Da böses Gesicht. Hier war die Explosion. Tell me why ich da jetzt runterspringen werde. Komm mal, geht durch. Bam, bam, bam. Ich hab mir immer noch Angst, dass ich hier gleich von der gefettesten Spinne der Welt umgerannt werde. So, hier. Hier did it burn. Hier tut es burn, aber... Was bedeutet es? Oh, lol. Hallo? Continue searching the oakland. Okay. Okay. Continue. Alles klar. This place is getting pinker by the minute. BTU 1. Warte, ich bin also so freudig. Müssen wir mal was... Äh, konsumieren wir mal eben. Komm, uh. Da hin. Die konsumieren wir auch. Ja. Können wir machen. Könnten wir, sollten wir sogar. Ich denke, ich hab nichts im Trinken. Gibt's hier irgendwas im Trinken? Ich hab nichts mehr. Nun können wir mal那我們. Ich hatch erstmal ein Fallout hier. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Warum die Geräusche hilft am Tags? So, push the button. Weiß nicht, gut. Hold eh, ah, okay. I am B-B-B-B-Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you. But hopefully I can explain. I suspect you were miniaturized and brought here by the ominous researchers. Unfortunately, this is all speculation. Because they have the worst. I don't suppose you would know anything about that? No, why would you? Okay, moving on. The batteries here are completely drained. So we'll need to charge them up. In the meantime, I'll stay here and work on repairs. I'm also happy to answer whatever possible questions you might ask. Is that what I drink? End of story content. Here is the story to end. You found that the story is just getting started. Yes, there is so much... Build basis tea... Okay. That's what the story is about. Okay, they all didn't get lost. They said that you were in 20 minutes. If you wanted. I'm a little... Erstaunt. Schade eigentlich. Er passt wieder nicht. Ich hab halt... Du hast... Ich verdurste hier. Also gut, das war dann grounded. Es ist noch sehr, ähm... Hunter Work End. Also ich muss sie töten und dann krieg ich... Krieg ich dafür was? Achso, ja, ja. Alles klar. Always happy to see a repeat and upgrade. As good as... G-g-g-g-catch up. Is there anything else I can help you with? If you have any, bring me more... Okay. Ich krieg Punkte für das... Upgate Force Scanner Modul. Da der Laus... Da der Dirk näher bei Raw Sciences. Okay, wow. Also es ist... Wir sehen schon... Im Großen und Ganzen geht's natürlich zu einem normalen... Äh... Spiel über. Da. Ach lol, das sind die Punkte, die ich dann aufnehme. Lol. Geht's hier noch weiter? Guck ich da hin, ja? Ne, hier geht's irgendwo hin. Okay. Ähm... Normales Aufbauspiel, mehr oder weniger. Was heißt normal? Es ist... Es ist hübsch. Es ist anders. Ein anderes Setting. Das ist halt sehr geil. Endlich mal was anderes. Wahrscheinlich irgendwo die ganzen Figuren und alles mit drin. Wo wir die Geräusche hier herhören. Uh... Was ist hier? So, tief geht's runter. Kann ich hier durch? Ne, es gibt tausende Punkte. Warte mal. Hier. Okay, scheint richtig gewesen zu sein. Ja, gut. Äh... Ja, gut. Wenn das der Story-Content war, dann war das der Story-Content. Ich kann auch noch weiterbauen und sowas, aber ganz ehrlich... Es ist in der Entwicklung. Wir haben mal reingeschneit. Wir haben mal reingeschaut. Ich würde es jetzt dabei belassen, wenn ich ehrlich bin. Wir haben gesehen mit der Spinne. Wir können bauen. Wir können... Wir können. Wir können. Wir können. Wir können. Sterben. Das war es an dieser Stelle zu diesem Spiel. Wir haben mal reingeschaut. Ich werde mal gucken, was es noch für Spiele gibt. Ha! Danke. Danke. Danke.